Gut, wenn wir schon überall nirgendwo weiterkommen, dann schauen wir doch mal überall anders und nicht irgendwo oder überall. Ah, das war ich erschrocken. Au, zurecht. Ja, toll. Das habe ich dem bestimmt nochmal besiegen. Ach ne. Gut, der bleibt erstmal weg. Ich danke. Ich fand diese kleinen Dienanten ja schon nervig mit ihrem kleinen blauen, ach äh, lila Minenfeld, was sie da überall hingelegt haben. Jetzt haben wir das Ganze ja nochmal eben schlimmer. Und irgendwie kommen wir hier nirgendwo weiter. Aber das hat man ja jetzt schon ein paar mal. Hallo? Ich wollte gerade sagen, halt dich doch mal fest. Ach so, da war eine kleine Kante, deswegen kam der da nicht weiter. Okay, okay. Ich habe es verstanden. Also ich weiß noch nicht, wie ihr das seht, aber für mich sieht das so aus, als würden wir hier auf nirgendwo weiterkommen. Und ich bin gerade voll in den Reingejump. Ah, die Energie nehmen wir mit, wenn wir schon mal hier sind. Au. Ich renne immer in die Teile rein. Wah. Ach so, ja okay, ich weiß auch gerade, wo wir lang müssen, wo es weitergeht. Au, wie ich mich nochmal verletzt habe. Haut ab! Okay, danke. Geh weg. Ich habe jetzt keine Lust zu spielen. Was ist hier? Gar nichts, oder was? Nur eine Energie. Ah, hier habe ich was runtergestampft. Hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Da haben wir versucht hochzugehen, da geht es dann nicht weiter. Das war, glaube ich, die Stelle, ne? Dann sind wir hier runter. Ja. Also, da komme ich nicht hin. Hier ist ein Ausrufezeichen. Da komme ich nicht durch. Und da komme ich nicht weiter. Wo soll ich denn da lang gehen? Ich sehe nur noch hier einen Weg. Boah, okay. Ja, sicher. Ich habe ein Glück. Na, das ist üblich. Ich bin von Glück gesegnet. Hau ab, Mann. Ich muss mich in Ruhe. Hau ab, Vogel. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, hier geht es doch ziemlich weiter. Auch wenn ich hier wunderschön hochgekommen bin. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Betritt die Elend zu. Wir haben klettern gelernt. Die Tür kriegen wir trotzdem nicht auf. Auch wenn wir klettern können. Und die Teile kriegen wir, kriegen wir vielleicht doch auf. War ich nur gerade zu, äh, unschlau. Okay, also hier ist auf jeden Fall nicht zielführend. Das, äh, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Hier weiter zu laufen ist nicht zielführend. Hau ab. Ja, boah, ein Vogel. Okay, das haben wir aufgekriegt. Easy. Auf. Kann ich den hier irgendwie so weiterleiten? Ja, der würde dann hier runterfallen. Dann kann der hier weiterrollen. Nee, hier ist schon wieder ein neuer. Dann brauche ich den dann nicht so rein. Okay, ich bin, ich bin jetzt nicht saft überfragt, wie das weitergehen soll. Komm hier lang. Komm mit. Ja, jetzt ist er da runtergefallen. Und? Die Tür kriege ich doch nicht auf damit. Ich wüsste nicht, wie. Von der anderen Seite komme ich da auch nicht ran. Nö. Dreckstift von Spirne. So. Ähm. Au. Okay, ich merke, man kann sich an dem nicht abspringen. Ab, abdrücken. Abstoßen. Gut. Aber was hätte mir das gebracht? Angenommen, ich hätte den ganz gelassen. Der hätte mir trotzdem keine Türen geöffnet. Hm. Vor allem hier nicht. Aber hier gibt es keine Türen. Boah, du Arsch. Ach. Da oben ist ein Schalter. Danke. Danke. Das muss mir auch mal einer sagen. Och. Das ist... Also komm ey. Was man hier alles sehen muss. Das ist ja... Ich zermopbe euch jetzt von hier unten. Okay, außer dich. Du lässt dich von unten nicht zermoppen. Aber... Nachdem ich so gemacht habe, lässt auch... der sich zum Mopsen. Ne, okay. Ich... Ich... Ja, ich hab ihn einfach mal durchgeprügelt. Ach, kommst du durch den Schilderherr? Wo auch immer du herkommst, ich habe dich gezwungen. Und ab jetzt geht es auch wieder weiter. Okay, wir speichern mal kurz. Hä? Was ist hier wo? Wo kommst du her? Pfeif dich. So. Jetzt gehen wir einmal weiter hier. Achso. Da ist ein Ass im Weg. Boah. Wo kommen die die ganze Zeit her? Warte, ich will kurz... Ja, die krabbeln da noch aus. Das ist so ein... Nennen wir es mal Spawnpunkt. Ähm... Ich glaube, der schläft. Und ich glaube, er sabbert im Schlaf. Huch. Jetzt wäre ich hier fast runtergefallen. Hm. Kann man hier... Nee. Nee, nee, da kann man nicht hoch. Okay. Das ist, äh... Gut zu wissen. Das ist immer jetzt so eine Sache. Jetzt ist wieder dieses allgemeine Problem. Wo gehe ich lang? Das Ding hätte ich noch gerne. Bevor ich jetzt hier... Scheiße. Also komme ich da nicht hin. Mach nochmal hoch. Darf ich nochmal? Ja. Okay. Ja. Das hier wollte ich noch. Und das da sieht sehr kaputt aus. Aber ich... Hier geht es nicht durch. Okay. Gut. Dann würde ich einfach mal vermuten, dass wir da nicht hinkommen. Oder zumindest jetzt noch nicht. Das ist schon mal gut. Ah. So viel dazu. Wir kommen doch schon dahin. Nur halt von der anderen Seite. Gut. Ist das Wasser hier zu kalt? Oder kann man da drin schwimmen? Okay. Okay, es geht. Ich hätte jetzt, äh... Vermutet, dass das irgendwie... Sind das Stacheln? Also ich meine... Ja. Natürlich sind das Stacheln. Okay, jetzt bin ich hier unten. Und hier muss ich aber gar nicht hin. Gut, das ist schon mal... ...ganz akzeptabel. Hier können wir mal speichern. Eins üppig und grün. Jetzt mit Eis bedeckt. Jene, die nicht entkamen... ...bezahlten mit ihrem Leben. Will uns sein nichts dazu sagen? Nee, ich glaube irgendwie... Äh... Gibt's nichts zu sagen dabei. Ach, jetzt geht's plötzlich. Gut, wir müssen erst einmal rumklettern. So, was betreten wir jetzt hier? Ich hab's vergessen. Egal, betreten wir einfach mal. Wollte nur ein bisschen Spannung aufbauen. Die Elendsruinen. Uuuuh. Die Elendsruinen. Hier leben die Gumon. Einer von haben wir schon gerettet. Sind uns die jetzt vielleicht... ...freundlich gesünd? Sie bauen wundersame Strukturen... ...und erfüllen sie mit dem Licht des Geisterbaums... ...das ihnen Sicherheit bietet. Das war's schon. Ach, nee. Oh, nein. Diese Gumon wurden eingefroren. Konnten nicht entkommen. Als das Element des Windes sein Licht verlor... ...wurden diese Ruinen zu ihrem Grab. Oh, nein. Jetzt sehe ich sie auch gerade. Die sind ja alle eingefroren. Oh. Drücken wir doch mal W zum Verlassen. Nein. Au. Ah, das hier ist schmerzhaft. Gut, dass wir das schon mal herausgefunden haben. Ich schlage vor, wir speicheln direkt. Das heißt, hier dürfen wir auch nicht drauf landen. Das ist zu heiß. Die Gumon waren erfinderische Handwerker. Vor ihnen lag eigentlich eine leuchtende Zukunft, zu der es aber nie kam. Sieh dir dieses Lichtgefäß an. Sie waren in der Lage, das Licht des Geisterbaums darin aufzubewahren. Die Serienverbindung ist bereit. Okay. Okay. Aufgehoben. Was macht das jetzt? Ha! Das kühlt diese Hitze ab. Ja, cool. Jetzt könnten wir theoretisch nur mal so. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich würde es aber gerne mal versuchen. Ah. Ja, okay. Also. Gut, an dem Feuer sterbt man dann nicht mehr, aber an den Stacheln. Ja, los. Das schauen wir so mal. Ja, bla. War ein Erfinderisch. Die konnten das Licht da bündeln in dem Gefäß. Und der rastet kurz aus. Und, oh, Energie leer. Okay. So. Jetzt kann ich das aufheben. Und zack. Schneesphäre. Nennen wir es Schneesphäre. Hier konnte man das auch testen. Ja, sehr schön. Hä? Ist das Gravitationsveränderung oder was? Oh ja. Wollen wir nochmal anschauen. Okay, sobald wir das nochmal haben, speichern wir. Damit wir uns das nicht nochmal anschauen müssen. Diese Kugel macht eine ganz eigene Gravitation oder was? Damit, das ist ja der Wahnsinn, was dieses Spiel alles hat, ey. Ist mal ohne Scheiß. Das ist schon irgendwie cool. Au. Ach du Scheiße. Weißt du, wie verwirrend das ist? Äh, es wird noch verwirrender. Vor allem, jetzt sind die Tasten umgedreht. Ich muss jetzt A drücken, eigentlich nach, um eigentlich nach rechts zu laufen, drücke ich normalerweise. D. Aber jetzt muss ich A drücken, um nach rechts zu laufen, weil die Gravitation natürlich ungedreht ist. Das ist ja krass. Oh mein Gott, ist das geil. Ich bin gerade leicht beeindruckt. Wie soll ich denn da rüberkommen? Ich bin nicht nur leicht beeindruckt, ich bin auch leicht verwirrt. Kann ich? Ähm, ach so, ja. Ich hätte es einfach fallen lassen müssen. Ja, logisch. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Folgt mir das? Ja! Äh, ich überlege gerade, ob ich das jetzt irgendwie so machen kann, dass ich da oben wieder dran komme. Aber ich glaube nicht. Wir schnappen uns das einfach nochmal. Komm, gucken mal. Oh Gott, das ist echt cool. Ich bin ein bisschen fasziniert. Aber nur ein bisschen. Keine Sorge. Nur ein bisschen. Okay. Da rauf mit dem Eis zu schießen. Wie soll ich denn jetzt da rüberkommen? Ich speichere es mal. Okay, geht. Ging. Oh, und die Kugel folgt mir ja zum Glück. Das ist cool, ey. Das kann man nicht nur sein. Jetzt haben wir noch so eine, so ein, so ein Gravitationsverändernde Lichtkugel. Okay, den muss ich erstmal weghauen. Weil Spinni nervt ein bisschen. Spuck doch, komm, trau dich. Äh, äh. Ich möchte einfach speichern. Kugel wieder aufheben. Ähm. Kugel wieder aufheben. Und wie es weiter geht, erfahrt ihr in der nächsten Folge.